Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Retreat to Die Edition. Im letzten Park. Ich hab wieder Park gesagt, es heißt Part und nicht Park. Wie auch immer. Haben wir in der Schandstadt auf die Fresse bekommen? Ihr habt mir gesagt, dieser Spinnenschild, den ich da gefunden habe, sei extrem geil und würde vor Gift schützen. Ich bin immer noch... Nein, bin ich nicht. Das ist zu schwer. Will ich den Sack wegnehmen? Ach nee, halt, das ging anders. So. Okay, jetzt passt's wieder. Gut. Mal gucken, ob ich dieses Mal zur Schandstadt komme, ohne mich zu verfranzen. Äh, zu verfranzen. Nette Abwechslung wär's ja mal. Und dieser Typ da sei wohl doch ein normaler Gegner. Aha. Moment, hab ich jetzt gleich auf Anhieb den richtigen Weg gefunden? Sehr wahr, ist ganz was Neues. Da hat Sache, der Weg ist sogar übelst kurz. Schick. Nehme ich. Was gab's noch? Alter, die muss echt eine übel schlechte Luft sein. Äh. Äh, was wollte ich noch sagen? Vergessen. Na, fällt mir schon wieder ein. Dass der Typ hier ein normaler Gegner war, habe ich schon gesagt, oder? Ich habe letztes Mal gar nicht versucht, ihm seine Angriffe zu blocken. Kann ich ihm seine Angriffe blocken? Ist das zu tief? Nein, das ist nicht. Okay. Ist so hin dann auch relativ sozial, weil der Weg ist ja echt nicht lang. Wenn ich da an andere Stellen denke, wie zum Beispiel die Stadt der Untoten, da waren die Wege deutlich länger. Ah, ich kann den blocken. Cool. Kostet zwar sackviel Ausdauer, aber es geht. Oh, der schlägt's einmal zu. Oh, ja, natürlich. Äh. Okay, aber der ist nicht so eine große Bedrohung, wie ich erst gedacht habe. Oh, wenn das jetzt gerade ein bisschen doof war. Ich habe nicht gesehen, dass er hinter dem Abgrund ist. Pixel-Biss. Okay, bei dem kurzen Ding muss ich nur noch wirklich mich cutten, dass ich ja quasi direkt in die Ecke. Die Treppe runter tippe ich schon da. Aber mir fällt ums Verrecken nicht ein, was ich noch sagen wollte. Hat auch irgendwas in den Comments zu tun. Also das mit dem zweiten habe ich gelesen. Und auch das mit dem was, dass das hier ursprünglich überhaupt kein PC-Game war. Die Play-to-Die-Dish und halt dann speziell für den PC rauskamen. So hab ich's zumindest verstanden. Auch der Grund, warum's nur auf 30 FPS läuft. Und dass es anscheinend eine Mod gibt, oder ein Patch, mit dem man auf 60 FPS kommt, es aber damit nur schwieriger macht. Weil solche Sachen wie die Invincible-Box beim Ausweichen und so Sachen pro Frame berechnet werden. Das Ganze also nur noch halb so lang halten würde. Okay, ich warte, ich kämpfe wo gegen dich. Steckst zweimal zu? Nein, einmal, okay. Der ist super lahmarschig. Also, ein bisschen rumtänseln. Aber jetzt. Okay, weil man weiß, was der macht, ist das kein schwieriger Gegner. Zweimal? Nein. Im Finsterwurzgarten muss ich... Really? Wieder die gleiche Scheißstelle? Oh Gott! Im Finsterwurzgarten muss ich auch noch vorbeischauen, weil ich stelle bei der Hydra war ich immer noch nicht. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob ich da hin muss oder nicht. Beziehungsweise, ob es überhaupt so was wie optionale oder Pflichtgebiete gibt. Weil ich immer noch kein Stück Handlung erkennen kann. Was gibt's denn nebenher, das mit dieser Priesterin? Aber wirklich viel sagen ist das jetzt auch nicht. Ich mein, warum mach ich hier überhaupt irgendwas? Und so. Story. Das wär mal schön. Irgendwas, was das Spiel fesselnd macht. Hm, naja. Wie konnte ich nochmal Leitern runterrutschen? So. Okay, dieses Mal vielleicht ohne Abstürzen. Ah, hier ist er zweimal zugeschlagen. Okay. Aber er steckt nur zweimal zu, wenn ich in Reichweite bin. Das heißt... Oh Leute, er blockt WG vergiftet. Wirklich. Cool. Jaucheküchlein. Lecker. Jo, der halt mehr als der alte. Oh, das war jetzt der erste. Aber egal. Hier ist ja eine geschlossene Fläche. Hier kann ich nicht abstürzen. Sollte etwas weniger gierig sein mit dem. Schaden. Oh ja, der heilt viel. Noch ein Jaucheküchlein. Was macht denn das eigentlich? Toxifiziert Feind wirkt auch auf Spieler. Nach so, falls ich invaded werden sollte. Aber das wird nicht passieren. Ich will ja im Offline-Modus. Toxifiziert. Sagt einfach vergiftet. Oh, komm schon. Wirklich. Er hat eine sehr unregelmäßige Angriffsfrequenz. Möchte ich mal kurz festhalten. So, und das sind normale Gegner. Die respawnen also. Dann sollte ich mal schnellstens ein Leuchtfeuer finden. Ihr seid wirklich zappenduster. Was ist denn du für einer? Ach, nö. Nein, anvisieren bitte. Festhalten. Festhalten ist die... Oh Gott, ich mache überhaupt keinen Schaden. Festhalten ist echt das Schlimmste. Weniger wegen dem Schaden, den man selber kriegt, sondern... Davon... Was? Ah! Der ballert mit Giftpfeilen. Was ist denn das für ein Fuzzi? Was ist das für eine Waffe? Der verkloppt... Der will mich mit einer Leiche verkloppen? Wow. Das ist sogar für den Untoten makaber. Äh, ach, das war gar nicht der Typ. Von wo kommen die? So. Der hat eine super eklige Frequenz. Möchte ich mal kurz festhalten. Wird ich die hier irgendwer zu bringen, mich anzugreifen? Da ist der Abgrund, okay. Oder herzukommen, meine ich. Angreifen tut er mich ja schon. So, in den toten Winkel von dem Fuzzi. Da wollte er mich wieder packen. Ui. Äh. Alter, ich brauch schnellstens ein Leuchtfeuer. Hier nochmal durchlatschen, hab ich echt keinen Bock drauf. Äh. Er hat einen etwas lächerlichen Vergiftungswert, möchte ich mal kurz festhalten. Mit deinem Glück hab ich den Spinnenschild ausgerüstet. Was bist du? Lila Moosklumpen. Was ist das für ein Vieh? Oder ist das nur eine komische Rüstung? Warten wir runter. Äh. Nein, ich ab... Bäh. Nicht abstürzen. Vom Abstürzen hab ich genug. Abgestürzt bin ich heute oft genug. Abgestürzt bin ich heute, weiß Gott, oft genug. Da hinten ist fester Boden. Das heißt, da kann ich nicht abstürzen. Da ist der nächste Olme. Ich kann mit deren Optik auch überhaupt nichts anfangen. Was soll das für Dinger sein? Äh. Sind... Was... Was bist du? Außerwiderlich, versteht sich. Komm, hau ab. Ah, Licht. Okay, bis zum festen Boden dauert's noch. War ich hier schon? Ich hab wieder von irgendeinem Makro gezogen. Ah, von da. Achso, wie er hat er eine Leiche als Waffe benutzt. Das Gute ist, dass die von meinen Angriffen gecancelt werden. Das heißt, wenn die alleine sind, kann man die ziemlich... Äh. Seele verloren und... Oh, das nehm ich doch. Das heißt, wenn die alleine sind, kann man die ziemlich angenehm platt machen. Komme ich da hinten noch irgendwie hin, oder muss ich das Leiter runter? Äh. Da könnte ich wahrscheinlich rüberjumpen. Wenn ich nehm die Leiter. Wahrscheinlich ist da jetzt irgendein mega geile Loot des Jahrtausends drin, aber... Bevor ich ein Leuchtfeuer hab, wage ich hier nix mehr. Ich mein, wir haben jetzt, äh... Wenn man am Anfang die zwei Minuten abzieht... Das war wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Am Anfang das abzieht jedenfalls. Äh. Wo ich bei dem einen Typen gefehlt hab. Haben wir jetzt allein für die Stelle zehn Minuten braucht. Ich komm nicht zu dir. Äh. Wollen wir noch hier lang gehen? Ist hier noch irgendwo... Nein. Da hat sich was bewegt, aber hab mich ge... Leuchtfeuer! Sehr schön. Jetzt muss ich noch irgendwie da hinkommen. Da hinten geht's lang. Was hast du denn dabei? Dachte grad, ich hätte Schritte gehört. Noch ne Seele. Alles klar. Wohan häng ich fest. So, jetzt ganz vorsichtig. Das Gute ist, hier werden wahrscheinlich keine Geister aus dem Boden springen. Das war mein Handy. Ähm. Der lebt noch. Das heißt, der springt mich gleich an. Würde ich einen Sprung von hier runter überleben, als direkt zum Leuchtfeuer? Äh, ich will nicht zu Mini werden. Okay. In der Basis ist unverwundbar. Macht Sinn. Irgendwo. Vielleicht. Okay, nicht ganz viel geplant, aber ich bin beim Leuchtfeuer. Soll ich die beiden Blödmänner besiegen? Nummer eins. Nummer zwei. Danke. So, kann ich jetzt bitte? Okay. Gut, das wär geschafft. Was ist da hinten, das Handy? Äh, das hol ich jetzt nicht. Okay. Muss ich mir halt gedulden, bis ich mit der Folge fertig bin. 14 Minuten zahlen. So. Okay. Das hätten wir geschafft. Ich will nicht, wie es in der Boss hier aussieht. Was hab ich denn an Scherben? Ich hab eine kleine Scherbe. Und eine große Scherbe. Müsst machbar sein. Okay, beim nächsten Schmied bessere ich die mal auf. Ich glaub mal nicht, dass das in der Stadt der Untoten der einzige Schmied war. Hier irgendwas grunzen. Oder schnauben. Sehr gut. Da. Oh lol. Oh lol. So, Nummer eins. Was hast du vorhin gelassen? Nein, nicht runterklettern. Ich will. Plündern. Seh'n. Oh, da kommt schon der nächste. Also alleine sind die kein Problem. Lass mich nur nicht von diesem Greifen erwischen lassen. Lass mich nur nicht von diesem Greifen erwischen. Okay. Da hinten ist Loot. Und da scheint's nicht weit dazu. Ich hatte das Leuchtfeuer. Ich hatte das Leuchtfeuer. Okay. Das heißt... Ah! Oh. Lila Moosklumpen mit Blumen. Was ist das jetzt? Mindet... Und stell Statuswerte wieder her. Nein, ich glaub da geht's nicht weiter. Okay. Dann geht's jetzt da lang. Vorsichtig... Okay. Gut, das heißt jetzt hier hoch. Bäh. Da ist nix. Das heißt, hier geht's lang. Oh, schon wieder Ballonsakt. Ah ne, doch nicht. Du willst mich doch verarschen. Ich wollte grad sagen, ich glaub mir passiert nichts, während ich stehe. Aber das scheint nicht ganz zu stimmen, weil Kollisionsab... Frage doch sehr komisch ist. Okay. 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 Alter, Schandstadt. Feuer. Oh, komm schon. Kann ich mal bitte angreifen? Feuer ist nicht gut. Ich seh nix. Hab ich kein Feuer blocken. Nicht... Einkreisen, nicht einkreisen, nicht einkreisen. Komm schon. Ich seh halt nix gegen den blöden Balken. Der könnte echt... Der kackt Balken da. So, okay. Hier runter jetzt, ja? Das Schnauben hat nicht doof gehört. So, geil. Design schön und gut, aber wenn's einem die Sicht versperrt... Hat das nix mehr mit Skill zu tun, weil man einfach nix sehen kann. Menschlichkeit, cool. Okay. Ich glaub auch die Hitboxen vom Boden sind manchmal ein bisschen größer, als man es erst glauben würde. Trotzdem hab ich jetzt nicht vorzudacht. Ach, das wackelt doch gleich wieder, oder? Ne, das ist einfach gar kein Weg. Äh. Muss ich dann lang. Jetzt sag dich, dieser ganze Weg hier war optional. Das überlebe ich nie im Leben. Oder ohne Leben. Oder whatever. Ähm. Also da hinten ist... Stein. Stein ist gut, Stein ist solide. Wie komm ich da hinten hin? Da geht's da weiter? Ich seh da gerade nicht. Ein bisschen duster. Da ist so ein... Ne, da geht's nicht weiter. Okay. Äh. Ja, und du? Das ist keine Leiter. Äh. Bin ich jetzt? Ähm. Muss ich jetzt echt hier rüber zurück? Oder muss ich da... Nein, das kann nicht sein. Okay. Äh. Ist hier noch irgendwas? Ne, das heißt, die Leiter wieder hoch. Das ist der ganze Teil hier so... Wie komm ich denn da hinten hin? Ja, morgen checken wir mal. Also da ist das Leuchtfeuer. Das steht doch grundsolide, so wie es ist. Ach, da hinten gegangen. Neben die Puzzis wieder, ne? Ach lol, hier war ich ja noch. Stimmt. Hier, da ist der ganze Weg mich ja nicht entlang gegangen. Ich hab hier nur geguckt, schnell zum Leuchtfeuer zu kommen. Äh. Erschreckt mich doch nicht so. Ich hab dich genau gehört. Der wollte schon wieder mich greifen. Vergiss es. Okay, so weit, so gut. Das ist der nächste. Äh. Und das ist wieder so ein... Blasroh, Heini. Wollt mich schon wieder greifen. Blasroh, Heini. So. Wo bist du, Spasti? Äh. Ich hör, wie er schießt. Stotzt irgendwo gegen. Aber das ist nicht mein Schild. Okay. Äh. Egal. Leider will ich nicht erreicht, soll es recht sein. Was schnauft hier so? Bin ich hier unterm Finsterwurzgarten? Da hinten sind ja Milch. Baumwurz. Was ist das denn jetzt wieder? Ich höre Schritte. Okay, ich hab die Typen gefunden. Da hinten. Ja, danke. Danke. Ich hab grad überhaupt keine Orientierung mehr. Insofern ist er, ich kann mich hier nicht in Ruhe umsehen, weil ich ständig irgendwo irgendeinen Scheiß höre. Was ist das für ein... Also das ist ja wohl hoffentlich kein normaler Gegner. Das ist wieder viel zu viele Abgründe. Meiner Meinung nach. Dann hab ich irgendwie getriggert, wie will der hier hochkommen. Mach das ne Leiter. Ja gut. Oh lol. Lass, nein, nicht. Plündern, ich will. Okay, das lief nicht wie geplant, aber es hat funktioniert. Noch ne Seele. Also Loot ist hier ja geiler. Bisher. Guckt auch einer. Obst du jetzt ja. Ja. Jetzt muss ich fragen, was das da für ein Ding ist. Ich verstehe wieder alle möglichen Kruzgeräusche. Wann, ich will mich doch mal in Ruhe umgucken. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Die Geräuschschlüsse ist nicht gerade sehr zuträglich. Greifen. Ja, toll, danke. Den wollte ich nicht anvisieren. Bin ich nicht in Ruhe? Danke. Ah, das ist kein Gift. Das ist ein Lund. Äh. Ah, Toxin. Gift und Toxin ist hier also nicht das gleiche, weil das ja so viel Sinn ergibt. So, der Pfeil kam aus der Richtung. Von wo hast du geschlossen? Von da. Okay, das heißt, da muss ich zuerst hin. Oh. Ach, nö, da kommt doch der Nächste. Nein, nicht. Das solltest du nicht. Oh, komm schon, wirklich. Äh. Bis zum nächsten Part, der allerdings erst am Freitag kommt. Am Mittwoch wird es leider ausfallen. Sorry. Allerdings bin ich, wenn ihr das hier seht, bereits in der Schweiz. Ich schaffe es gerade noch, die Folge hier vorzuproduzieren. Weil, lol, müssen wir für morgen auch noch aufnehmen. Und Hearthstone. Also, sorry, dass das nicht geht für Mittwoch. Also, bis Freitag. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.